hier ist der shepherd und das lustige ist also ich habe gestern die videos von dem buster geguckt glaubte dass ich jetzt habe ich wieder vergessen was ich machen muss unglaublich wir sind der das dann wir sind allein ja okay schuldigung dass es ist ja so was das tut mir voll leid aber na klar ist ja eingekreist ich idiot gut wie ich raus mit b glaube ich und dann müssen wir nach rechts und dann durch den torrahmen raus und wann wir waren wir da schon richtig warte mal mal gucken ja genau wir müssen jetzt im friedhof ok ja besser ich habe das problem ich weiß ich habe keinen knopf für das laufen ob das mir glaubst du nicht für den dash guck also jetzt geht es sowieso nicht und was da los geht eine party ok aber unser ziel bleibt weiter geradeaus ok was ja ordentlich mit der basse und etwas gerissen gehabt beim letzten mal schon oha sombo ich kann euch jetzt machen wo das ich bilden am leben wow freaky oh bin ich nicht gestorben mehr mehr ich will noch mehr leben oh scheiße bist du dass das da man wie du gewachsen bist warum gibt es an dir so viel was ich essen könnte um drei tage und drei nächte und immer noch nach drei tagen und nächten immer noch über bleibsel habe oh ne echt jetzt es sind nur drei nicht vier a zombie man and his convoy suddenly attackt ja gut jetzt fragt sich nur guard goods nein was das ist wieder was da müsste mir der buster wahrscheinlich erklären was ich machen muss und die halten auch noch was aus war einer weg genau ach so okay so funktioniert das okay das hatte ich mir ich hatte eben war es schon kurz in meinem kopf drin also spätestens wenn ich jetzt noch einen weg machen muss ich mich aufladen gut oh oh NEIN das war nicht gut oh god das ist nicht gut da hätten wir wahrscheinlich einkaufen müssen vorher ich wüsste auch nicht was wir jetzt tun können müssen wir wohl den tod jetzt hinnehmen es sei denn der gute basta der macht jetzt doch noch ok ja ok wir können ja ok wir kriegen es doch noch auf die kette sie sind wir zu staub zerfallen das war nicht gut aus gut da kriegen wir gleich eine schöne aufstufung unserer schönen lieblingsmusik so ja jetzt können wir natürlich hier gleich wieder zurück rennen wahrscheinlich kommen die dann auch gleich wieder weil wir brauchen ja was zum aufladen alter das geht ja das geht ja sonst gar nicht und wir haben auch nirgendwo was was uns verbessert oh halt das wollte ich nicht gut cheese that you either love käse den du entweder liebst oder hast und variiert ja so variiert in der aufladung wem es halt schmeckt und wem nicht und sleep ja die frage ist was bringt mir der ne gut wir müssen zusehen dass wir irgendwo permanente aufladungen kriegen oder was einkaufen können von dem geld das wahrscheinlich nicht haben oder ja wo haben wir denn überhaupt quellen die eingezeichnet ja sind sie ok thomas sein bazar gehen wir einfach mal hin das ist aber nicht so gut ne leute kann ich denn schlafen das ist nicht gut aber das gute ist ich glaube wir hatten hier eine kirche ne oder doch was ihnen aber nicht interessiert oder wie wir können versuchen wir können versuchen zu der heißen quelle zu kommen das ist mir alles ein wenig scheiße vielleicht aber auch nicht ja dann gehen wir einfach weiter ich habe jetzt gerade keine idee kreidet es mir nicht an da hat mich der buster hier an einem schier ungünstigen moment quasi rausgeworfen sozusagen und wir können höchstens hier ein bisschen versuchen umher zu laufen ist wohl wahr dass sie versiegelt ist das problem ist dass wir keine zwei zum gegner mehr aushalten jetzt ist es der sohn des alten wes wie ist dein name ja du liebst es tatsächlich umher zu laufen besonders besonders nachts auch hier ist es gelockt könnte vielleicht doch schlafen einfach nein das war natürlich nicht geplant ich musste das noch mal komplett neu starten weil diese funktion anscheinend für den emulator nicht zugänglich ist ja gucken wir mal wie es hier weiter geht ich bin da wenig zuversichtlich gerade weil ich keinen plan habe wo ich mir energie oder sowas her besorge das sketch of the area okay strange wir sollen trotzdem hierhin aber man kann nichts machen aber ich glaube da hätte ich okay so mache ich auf jeden fall den schon mal aber ich kann nichts machen gut wir sehen dass von ant 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 vom no a particular you hear voice also von nirgendwo aus keiner bestimmten richtung hörst du eine stimme und die stimme ist meine pass auf wo du hintrittst wirst du ich stehe genau ich stehe quasi genau hier ich bin eine ameise wage es ja nicht auf mich zu treten ich beobachte dich jetzt schon eine weile beim kämpfen aber ich kann es nicht mehr weiterhin nehmen kämpfe sind basieren alle auf rhythmus oder auf rhythmen genau weißt du wie boom 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 i want you in my room und so weiter wenn du in einem kampf bist dann gibt es einen bestimmten wirklich spezifischen rhythmus der mit dem gegnerischen beat übereinstimmt halte ich an dem rhythmus fest und der sieg gehört dir wenn du wirklich gut bist dann kannst du sogar bis zu 16 hit kombos ausführen ich nenne sie deswegen sound kämpfe oder klang kämpfe that you very mensch ich weiß nicht was mensch heißt aber das hat uns jetzt trotzdem nicht weiter gebracht zobi und auch ein grab stein na dann deswegen bräuchte ich vielleicht trotzdem mal ein bisschen zeug und es gibt beef jerky und es gibt peculiar cheese der wieder wie wir schon gemerkt haben nicht jedem seinen geschmack ist ok ja machen wir hier denn ich sehe mich bei dem speicherstand hier noch nicht wirklich vorankommen und auch das werden wir eventuell tun wir haben auch schon gesehen auch schon glaube ich was passiert ah fuck die hat mich überrascht suddenly tagged ja gut dieser Dings war zwar sehr cool mit dem ähm ne quip will ich gar nicht ähm uff also er mag käse das ist gut ok wir warten wir werden ja so geht's ne ich hab keine ahnung warum der weg gelaufen ist ich tippe jetzt gerade hier ich tippe hier gerade die stippt ditt 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 versuche die mit takt zu tippen aber ich hab ich weiß nicht ob das das ist worauf das hinauflaufen nicht hinauslaufen soll running bomb ja das ist auch wieder noch so sachen wo du nicht aha ach scheiße ok das ist wahrscheinlich das was da steht dieses echt diese kombos das hier hit to hit das problem ist ich weiß natürlich nicht haar genau welches jetzt dieses gegnerische diese gegnerische dieser gegnerische takt ist an der musik dass der bass ist oder äh probieren wir mal ja komm oha alter die 10 jahre macht ja richtig schaden alter oh oh das wird knapp so super haben wir ein bisschen wieder gekriegt alter schwede das könnte alles sehr sehr knapp werden so was ist denn eine running bomb produces a series of explosions deals damage to all enemies ist schön aber ich wette das sollten wir uns nicht jetzt schon ähm ah fuck boah also das nun gut wenn die game time quasi um ist dann ist sie um also das hier dass ich das jetzt hier so schlecht mache das hätte ich eigentlich nicht gedacht aber ich wie gesagt ich glaube nicht dass wir die jetzt einfach mal eben benutzen sollen weil wir da weil es uns so super gut geht also aha oh drei und ich packere wieder den knopf so lalala oh oh hier kann ich schon zwischendrin aufladen ey hör mir auf ja bisschen platt nach jo oh der letzte gibt mir dann quasi den rest damit wir schon wieder ein beef jerky benutzen müssen also auch das muss der buster mir erklären der muss mir ziemlich viel erklären edible mushroom ja nut bread der war ob ich auch nur ja dann so 20 und das nussbrot macht 30 eigentlich kriege ich sachen nur um sie gleich wieder zu benutzen ah und jetzt sind wir in der burg haha na alter man okay der zieht jetzt want inside the castle du ja achso okay der hat das gleiche gesagt jetzt sag doch einmal noch ein bisschen was hinterher also du willst also in die burg ja ich schätze das wird leider nicht passieren das zoo ist verschlossen und lässt sich auch nicht bewegen der einzige weg jetzt da rein zu kommen ist die mauern hoch zu klettern was machen eigentlich die fügel können die auch was machen chirp chirp ähm okay ja das ist wahrscheinlich was was du bei jedem vogel immer wieder nachlesen kannst oder so der gibt ja eigentlich der gibt die kampftipps quasi gott ich brauche viel erklärung ja früher hat man halt nicht umsonst diese guten instruction manuals oder spielanleitungen gehabt gut das bewegt sich also nicht aber ah diese wand scheint nicht yes um gottes weh ja